Weg zum Start. Die Ecke kommt, die 1 driftet etwas stark aus dem Wagenbade und schon hat sie die Stierungen geworfen. Die Schuhe muss nach hinten machen, die Ecke kommt noch zu fahren, also Papierzeit. Das ist die erste Rote, die letzte Schuhe sind. Die Schuhe muss nach hinten machen. Das kommt doch ganz gut. Die Schuhe ist in der Linie. 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 Dann Spannung, dann Treckenposition. Jetzt versucht es im undorrhofer ein. Verrührt. 4 Verwarnung. 4 Reglementen. 4 Verwarnung. 3, 4 in den Hochbrunten. 3, 8, vielleicht. Das sind also noch 7 Minuten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und wir haben noch 17,28 Sekunden gefahren. Hier ist der weiße, blaue Fahrzeuge. Hier steht die hat sich abgesetzt auf 1,2 Sekunden. Ja, das ist ein bisschen. Ich habe noch nicht mehr auf die Fahrzeuge. 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 Hier steht die hat sich abgesetzt auf 1,9 Sekunden. Die härteste sind 5 Minuten und 28 Sekunden. Matthias hat nur ein Supermann-Ober der Martin-Wittland. Das ist der Fahrverkehr per Superzeit. Mal schauen, ob der sich vielleicht an der Matthias Ketig noch mal anfängt. Abstand sind 2,19 Sekunden. Abstand 2,41. Abstand 2,3 Grad. Und jetzt. Da müssen wir die richtig nachziehen. Kann ich nochmal anfangen? Neue Schmutzung? Und볕 geht den 19,18! Nach vier Minuten und zehn Sekunden zu fahren. Nach vier Minuten und zehn Sekunden. 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 Abstand 2,3 Sekunden. Abstand 2,3 Sekunden. Ja, ja, ja. Ich bin der Mann, der ist ja klar. Wir haben noch vor Ort, um den Teil auch laut Schleimhaut zu fahren. Ziele, drei, vier, eins, neun, zwei, fünf, acht, sechs, sechs, sechs. Der Fahrrad ist ja größer, drei, zwei, zwei, vier, eins, neun, vier, eins, neun. Meistens ist es dann so, der freust du auch. Der Faktierer selber kommt noch. Bei der Fahrrad ist es noch 20 Sekunden noch zu fahren, abstand drei Sekunden. Das müsste reichen. Wir haben vorhin Läufung nach der Fahrradfahrt. Fünf Sekunden. Ein kleiner Fehler. Gucken wir mal, es sind 3,12 Minuten. Ja. Ja. Ja, ich habe noch genau eine Minute zu fahren. Die letzte Minute läuft. Und wenn er diesen Lauf gewinnt ... Ah, älter, die zwei. Da hat er es geschafft. So weit sind wir noch nicht. Die machen sich den Lauf so kaputt, ey. Die machen sich den Lauf richtig kaputt, oder? Die machen sich den Lauf richtig kaputt, oder? Noach 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Nach dem Heckplan können langsam vorbereitet werden. Abscheiden müsste vorstun langsam. Ja, das ist schön. Was ist das? Da ist das. Da ist das. Was ist das? Was ist das nicht? Was ist das? Hier ist das. Ja, das geht hier! Wo. Wo? Das macht man noch mal. Das macht man noch mal. Das macht man noch mal. Da ist das gar nicht. Das ist der Fall. Das machen wir ja den Mann in den ersten Erbeschattung. Das ist ja so. Das ist ja ein Ergebnis.